Wo seid ihr? Wo seid ihr? Auf geht's! Eins, zwei, eins, zwei, drei! Ich war mal in der Sauna drin, so lang ist das nicht her. Da war schon einer drin, der Kopf hat gemeint, es ist ein Bär. Vor lauten schweckt drei Minuten und heut schnell lass' er gehen. Doch dann kam letztlich sie herein, so jung, so schleif, so schön. Immer wenn wir in der Sauna drin, er hockt, See, Weiber, Madels, alle ohne Ruck. Ja, das ist für mich ein riesengroßer Spaß, weil er jene, den zeigt ein bisschen was. Ich bin der Sauna, ich bin der Sauna, ich bin der Sauna, ging er und beginn gut hart, Du blöde Sauna, du blöde Sauna, du blöde Sauna, für warum? Ich bin der Sauna, ich bin der Sauna, ich bin der Sauna, ich bin der Saunagänger und beginn gut hart. Du blöde Sauna, du blöde Sauna, du blöde Sauna, für geht's mir auf. Das Sauna gehen, das tut mir gut, das kann ja jeder sehen, die Saunaluft, die hält nie um und bringt manches zum Stehen. Die Saunagänger erinnern sich, die trägt viel dazu bei, dass ich so viel im Sauna geh, mich jedes Mal darauf rein. Deshalb gebe ich jetzt mal einen guten Tipp, geht's das nächste Mal heil in die Sauna mit. Bei so einem Saunagang, da spielt der Kopf verrückt, wenn er näher aussteht, muss ich plötzlich vor dir püfteln. Ich bin der Saunagänger und beginn gut hart, du blöde Sauna, du blöde Sauna, du blöde Sauna, für warum? Ich bin der Sauna, ich bin der Sauna, ich bin der Saunagänger und beginn gut hart, du blöde Sauna, du blöde Sauna, du blöde Sauna, für geht's mir auf. Auf geht's! Und jetzt, alle zusammen! Ich bin der Saun, ich bin der Saunagänger und beginn gut hart, du blöde Sauna, du blöde Sauna, du blöde Sauna, für warum? Ich bin der Sauna, ich bin der Saunagänger und beginn gut hart, du blöde Sau, du blöde Sauna, für geht's mir auf. Wir bin er sahn, 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 wir Und er beginnt die Aufruf des Sau